was geht bei euch ab leute ich fahr jetzt in hamburg philips roll hat geburtstag und wir werden zusammen pumpen gehen was essen gehen bisschen lifestyle machen dies das ihr wisst bescheid freunde und jetzt muss erst mal zwei stunden fahren also bis später in hamburg so auf der fahrt gönne ich mir noch mal ein shake 70 gramm shake auch noch mal ein extra schrecken mit 100 gramm und 50 gramm weil ich nicht weiß was wir essen gehen werden kann ich dann da nicht tracken dann muss ich das heute alles schätzen und ja deswegen weil ich jetzt muss werde ich wahrscheinlich vielleicht weniger essen als sonst weil man weiß nie ganz genau wie viele kalorien in den restaurants sind dies das ihr wisst bescheid ja man jetzt erst mal 70 gramm shake wir fahren schön wasser rein machen damit während der fahrt gesnackt leute so ich fahr jetzt los war noch kurz im gym habe noch ein geschenk für philip eingepackt zeig ich euch jetzt aber noch nicht sondern später yeah ja GENZE HARTLIGHTER Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, Mann. Mega viel Platz hier, ne? Mega schönes Studio. Kommt auch immer vorbei. Wenn ich hier eine Ruhe trainieren wollte, man, das ist das Studio. So, Freunde, ich bin jetzt hier mit Philipp jetzt am Start. Steindamm. Steindamm? Steindamm. Achso, Steindamm. Wir wollten jetzt irgendwo hingehen, ich weiß nicht wohin, aber... Ja, wir gehen erstmal was snacken, Mann. Einmal hier oben. Das ist auch wahr. Wirklich geiler Laden. Er hier als Fleischliebhaber wird das wirklich genießen. Ja, hoff ich, hoff ich, hoff ich. Erstmal Vorspeise. Ich hab jetzt aufgeessen und zwar den ganzen Teller. Nur noch der Knochen ist übergeblieben. Das hier esse ich nicht. Das sind volle Tomaten gewesen, die werde ich auf jeden Fall nicht essen. Ja, Mann. Oh, den war auch lecker, ne? Ich hab ihn mit dem. Je weiß ihn, was ich nie da. Sie sind schon sehr drauf. Ja, ich hab ihn mit dem Rääbben geguckt. Das ist ja schon. Musik 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 ihr das? Auf jeden Fall geil, auf jeden Fall geil. Und es ist auch noch nach 18 Uhr. Ich hoffe, mein Körper weiß nicht, dass es jetzt nach 18 Uhr ist und dass sich auch kein Fett ansetzt jetzt. Leute, ihr wisst Bescheid, man. Natürlich weiß der Körper sowas nicht. Also wir können auch ruhig nach 18 Uhr Kohlenhydrate essen. Besonders an die Frauen. Auch nach 19 Uhr. Ja, auch nach 20 Uhr. Dank ist hier was, Mann. Ohne Scheiß. Leute, bestes Geschenk, Mann. Das ist einfach... Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock drauf habt, gebt dann wieder einen Daumen nach oben. Ich werde jetzt nur noch Proteins snacken, vielleicht noch ein, zwei Shakes. Und ja, natürlich BOW zocken wieder und shichern. Und ja, klar, Digga. Vielen, vielen Dank, dass ihr die ganzen Minuten durchgehalten habt, hier zuzuschauen. Und ja, Mann. Peace. Aus. Aus.